Wo dran im Sommer geht? Und zwar habe ich heute Le Petit Duc, ein Paidoc Wein. Paidoc, IGP, also eine geschützte Herkunftsbezeichnung, ist für das ganze Languedoc-Roussillon möglich. Wir haben hier vom Chateau Buccarus einen Bio-Wein. Und zwar, hier steht auch hinten drauf, aus Grenache und Syrah, 21er Jahrgang. Jetzt zeigt die Flasche, süß, oder? Mit den Eulen. Richtig, richtig schöner Wein. Über Paidoc werde ich euch die nächste Zeit noch ein bisschen mehr berichten, versprochen. Und über den Wein kann ich euch gleich was erzählen. Syrah bringt immer so eine schöne Würze mit rein. In Beton ausgebaut, also ohne Holz. Die Frucht ist hier deutlich im Vordergrund. Und der hat so schön dunkle Waldbeeren. Schmeckt auch leicht gekühlt jetzt im Sommer. Ihr seht, mein Glas beschlägt ein bisschen. Leicht gekühlt. Wird jetzt gleich von allein warm bei 30 Grad. Ja, was soll ich sagen? Genau. So ein ganz, ganz klassischer Süd-Franzose. Der Butter- und Brotwein. Also den kann man wirklich zu jeder Tageszeit, ob zum Mittagessen, zu einem deftigen, zu einem Vestbar, Baguette-Käse, geiler Begleiter. Ja. Kleines Weingut. Familienbetrieb. Zu denen schreibt ihr euch gleich noch ein bisschen was auf. Nämlich echt, echt schön da. Und ja, auch Cotiron übrigens liegen die im Rhone-Gebiet. Ich weiß den Ort gar nicht auswendig. Und ich könnte es auch nicht aussprechen. Aber der Wein ist super. Probiert den unbedingt mal. Ich wünsche euch noch was. Cotiron, beziehungsweise hier Playdog-Infos folgen. Viel Spaß damit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.